Viele ziehen in den Süden, um dem brutalen Winter zu entkommen. Aber einige nehmen es mit Temperaturen unter Null auf. Der Bartkauz ist wie geschaffen für die Wälder Nordeuropas. Aus 90 Metern Entfernung erspäht er eine Bewegung. Es ist eine Wühlmaus, verborgen unter einem halben Meter Schnee. Außerhalb seiner Sicht. Aber vielleicht nicht unerreichbar. Die fein gezackten Flügel ermöglichen ihm einen lautlosen Anflug. Untertitelung des ZDF, 2020 Um zu überleben, muss dieser meisterliche Jäger jeden Tag mindestens siebenmal zuschlagen. Europa bedeckt nur knapp sieben Prozent der gesamten Landmasse des Planeten. Doch die haben es in sich. Sie formen das Rückgrat des Kontinents. Ein riesiges Gebirge, das sich auf fast 5000 Meter erhebt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.